Pfeffer 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 Band ihn Band ihn Hau zu Hau zu immer auf die Schnauze Nein Oh ich hab's noch geschafft Nein! Oh! Nicht zu essen dabei Hui 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 bong dring Kriegt man eigentlich mehr Weizen mit einer Schere ab- ab- erntet? Ich hab das früher mal gemacht, deswegen wollte ich das eigentlich einfach mal wissen Ich bin gar nicht, wenn du das mit der Schere ab- erntest Ich zählte mal ganz gut zu nehmen Ähm, Paul, ich glaub ich mach mal die Campus-Zlohn bei uns Keller ist ne gute Idee Wo ist es unten? Ähm Oh! Zweieinhalb-Dollar hab' ich bekomm' zu Dall 61 Lolli ist ne? Oh, vergiss es Äh Scheiße Mal mauern wir das Dorf hier einfach mal ein Ich zahl's einfach hier hin So So Jetzt mein Wasser weg Was denn? Ich hab's noch mal gesehen Jetzt wischt der Wasser weg Ok, ok, dann Hey Neu Ah, jetzt Huh, jetzt Okay Ich ernte gerade mal Higgs mal wieder. Oh, komm. Er ernte halt auch so wahr. Ja, dann will ich ja mitspielen. Dann können wir uns ja gegen die beiden. Was hat der denn für den Knall? Dann können wir die eingreifen. Wir spielen hier Minecraft Season. Nee, ich weiß, was ich für ein Spiel. Epic! Epic Joe ist... Es ist die einfachste Joe, es ist Epic Joe. Oh, ich bin wieder so lustig heute. Ich habe keine zwei verrotteten Fleisch. Äh, die habe ich vor Ewigkeiten nicht mehr hingeschmissen. Melone. Melone. Nein! Das habe ich falsch gebaut. Das gibt es doch gar nicht. Aber ich gehe, das kann ich dann noch wieder. Ich muss ja noch mein Haus bauen. Gut, dann bauen wir aus, Jamie. Weil wir Jeremy's Anonymität bewahren wollen. Hahaha. So, äh... Das machen wir dann zusammen, würde ich sagen. Aber nur gut, was wir tun. Das können wir dann noch Goldfarmen gehen. Ja. Aber alle zusammen. Das ist, denke ich, mal vorteilhaft. Ja, äh, würde ich auch vorschlagen. Und keine Zombie-Pick-Mans schlagen. Ja, Moses. Meine Versuche gehen da immer ziemlich, äh, nach hinten los. Kleinen Zwischenfall. Nicht vor ein paar Jahren, das war vor ein paar Monaten. Äh, wir sind die vier dann noch... Ultra-Hard-Core, äh, ja. Sind die vier dann noch schneller? Das war nur Stich. Aber ich war... Na, keine Ahnung, das ist die nicht irgendwie mit einem Schwierigkeitsgrad unterschiedlich schnell? Hä? Das ist mir war da so. Ich bin schneller. Das ist kein Schwierigkeitsgrad, das ist ganz normal in Minecraft, du kriegst bloß mehr Schaden und was alles. Äh, Quatsch, du hast... Ich bin nur ein PC, doch ich ernte gerade. Warum steht da ein Hero Brian? Äh. Äh, warum steht da ein Hero Brian, fragt ihr ihn? Nein, das ist doch von mir. Ach, das Ding, ja. Du weißt doch, damit er mir nicht... Da kommt dann, dass ich mal ne Apur Kartoffel... Okay, die Füße... Ich wollte die Rechten morgen. Das ist ja die Wächter, die Wächter, die Wächter, die Wächter und die Wächter. Neu, das ist ja gerade... Geh, jetzt war ich ein Ofenkartoffeln und Zettfressig-Karotten. Wie kommt ihr überhaupt in die U-Bahn? Sack, Tinten, Sack! Oh, hier ist ein Tintensack. Ich bin trafisch zu Hause. Ja, Sack! Was denn? Oh, wo bist du gerade? Oh, hast du nur die Kabelstornfarben? Ah, nein. Ich bin extra grafisch. Ach so, okay. Äh, ich woll... Ja, die ist weg. äh, und ich wollte... Hmmmm, gut laut war es aus, Slash... Sepectate, ist alles, es wäre alles täglich. Jeremy, wir, 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 und wer noch? Sonst auch keiner. Keiner, jeder souls, na ich mehr, nicht mehr. Jumelamma... Trolalalala! Das gab Jeremy? Prozent wirklich Moritz ach so ich habe jetzt verstehe da jetzt sie jetzt verstehe es nicht trinken ab einmal warte mal wenn ich jetzt jetzt jeremy jeremy sind ich bin ich kann jetzt selbst in der Talbe zugreifen irgendwie kann ich trotzdem ist also ich kann trotzdem gucken was alles hat nein ein KM es kann nicht wegschmeißen oder so Euro das ist sie wenn ich jetzt die Milch trinkt in seinem Namen und schade es ist trotzdem lustig es deckt aber ein bisschen mache ich jetzt alle mache ich jetzt Prozent spektiert oder so und liegt jeremy m das ist nicht jeremy ist gerade geflogen so dass sie jetzt nah aber es ist er hat doch so bis zu Jo den Kostbocken von Langeweilen spektiert in den Bundesrat eigentlich als Bekirchen der Zielgeraden was in der Tat holz und sicherlich nicht nachvollziehen die Hälfte niemand erst wenn ich nicht mehr die mir das jetzt einfach mal schon an so da ist da ist ein Schaaf Kuhschau für die Welt er war keine Schade ist nur ein das ist das zwei Schrecken doch du kannst es dann und dann Prozent Wann sollen wir eigentlich die erste Folge hochladen? Ja, weil wenn du dann hier durchgehst, dann ist der gleiche, also du siehst ja so gesehen durch, also. Was leckt ein bisschen? Ich bleib regelmäßig mal ein bisschen stehen. Ach, du. Ach, mein, zehn. So, äh, ich wollte gerade Getreide holen. Ach, deine Rüstung wollte ich hier noch geben. Ich wurde eine Willinger verkauft, das rürzen mal Getreide, eins Maragten. Ich schmelze gerade, also ich brate gerade Kartoffeln. Hä, wo bist du? Hast du Trakt der Unsichtbarkeit oder so getrunken? Ich seh dich nicht. Nein, beziehungsweise Weizen-Seggetreide. Nee, ich bin da nicht weggegangen, ist normal. Ist klar. Ich hab, ja, zwei Teile Rüstung nicht bekommen. Komm, please, wir zusammen. Wenn der Kabel von Farben funktionieren, dann irgendwie nicht. Oh. Ach 21, in der. Woah. Alter. So, dann wohnen wir uns mal, nicht hier. Ich will, ich will möglichst wenig am Anfang noch von hier zu. Musst du wegnehmen. So, mein Lieben Freund, dann kommt mal mit. Ich? Wenn du mal lesst, hörst du, kommst du mal? oder er und so oder hast du ja nicht so wirklich Lust und so gut ich wirklich los irgendwie wie ich gesagt möchte irgendwie runterschlagen ich bin wo kommt so ja und aus dem Wasser manchmal länger und manchmal nicht so lang wo es geschlagen so eine Kabelstorne Farms praktisch jetzt in der Stadt ich finde so ein Schmieden mal geil weil er so vieles geiles Zeug ist er ist der ist auch in der ist auch um die Kiste wo ist jetzt die andere wenn nur der einverkopf mit dreißmal mit den Büchern ernsthaft ich weiß hier ich bin ich bin ich habe getroffen ich bin ich voll leise neue Babel durch auch ein Zeug zusammen um wir bräuchten muss man kann sich selber um jetzt ein Portal ein auch nicht bei der Zeit die Wächste ein Schiff auf den Linker Koppel etwas das ist so blöd ich bin aber nicht hier zu Hause wenn es so ist so dahinter ist durch zwei Kühe gesehen hier sind extrem viele Schafe nebenbei bemerkt und war da nur eine Kuh also wo ist jetzt hier eine Kuh die eine Kuh ist da dann, das gehört ich kann eben noch eine Kuh ich kann eben noch eine Kuh vielleicht warum geht das manchmal schneller und manchmal langsamer da ist die Kuh keine Ahnung hier hat jemand mal was gefahren komm schießt oh hast du verschossen so mit Skelett Aua da hat es getroffen Aua so ähm jetzt leider oh da ist ein Zombie oh Standbild Leck 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 so mein Chi lieben Schafe und Kühe kommt mir dann stapsen sie werdet mich jetzt verrufen ich werde mich jetzt verrufen ich habe mich zu wenig beziehungsweise ganze Tiere Alter wenn jetzt eine Kuh stirbt ich habe genau zwei gefunden kommt Moritz nur an und tötet eine Kuh ja du bist joe-like würde ich sagen ok ich habe Rüstung ich habe ok ähm es gibt jetzt gerade bei uns essen ich würde sagen äh ich spektate mal joe und dann ja stimmt es wäre das wäre bekloppt das wäre rechtesweit ich glaube spektate molly wo irgendwann ist wahrscheinlich die Festplatte voll und dann ok dann würde ich mal sagen bis das gleiche oder so wo das gleiche oder so machen nur wie das Vielen Dank.